Musik 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 Der erste Lesz um ein richtig cooler Gang zu werden ist euch drei Nehmt euch immer wie einen Gig 20 Sonnenbrille, auf jeden fall immer Jogging Hose und immer so weit unten dass man die Boxer schon fliegt und immer so dass ich mir noch bisschen in die Boxen zu schuld Ihr müsst euch jetzt wieder übelst wohl, wenn ihr das schlauere Hose ist, voll fest. Und du möchtest die Hände in die Tasche? Oder? Wie seid ihr? Jetzt zeige ich euch noch ein paar Lesson 2 oder ein paar Posen. Als erstes ist Layback. Und der zweite ist Kickstar. Und der dritte ist Crane. Der dritte ist Doc. Der dritte ist Chicken und der dritte ist Camelotouch. Jetzt ist klar, wenn wir kurz mit ihm... Elektronische Geräte. Auf jeden Fall wisst ihr uns. Jeder für Lesson 3 braucht jeder seine eigene Musikrichtung. Und jetzt zeige ich euch ein paar Lieder, die gut sind für Hip-Hop. Ja, voll ganglisch. Es gibt aber da was für ihr Bett. Was ist denn, meist ihr? Ja. Boah, du lachst so schön. Boah. Boah, aufglaubst du mir das so gut? Egal. Hinten wir auf den Schütteln. Scheiß noch mal. Okay, egal. Auf jeden Fall müsst ihr noch gute Musik haben. Weil sonst, wenn ihr nicht mit Outer-Henning-Mucke rumläuft, dann denkt ihr nicht, dass ihr guter Gangster recht. Jo. Okay, Lesson 4. Äh, äh, 4. Ja. Ähm, Gangster wird nie richtig die deutsche Sprache. Sie könnten immer Sachen ab und erfinden neue Sachen aus dem Englischen. Und dann sagen sie, wenn sie sagten, sie geht's dir, dann sagen sie, jo, was geht. Und dann sagt sie das immer. Aber nicht so, ja, wie geht's? Die sind verschwunden. Ja, verschwunden. Ja, also ja, für jeden, also ein cooler Gegner muss immer einen coolen Handshake haben. Das ist ein Punkt. Hier gibt's zum Beispiel Basic. Yeah. Oder, was gibt's noch? Der Bruder-Befühlungs-Handshake. Macht das der Mega-Mega-Check? Oder der aller-Cool-Schritt, den ihr immer auf Schulhof machen solltet? Wenn ihr uns aufmerksam zugehört habt und genau zugeschaut habt, dann könnt ihr jetzt auch so coole Gangster sein wie wir. Kauft die DVD ein und werdet's Gangster. Ja. 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 I like to move it, move it, 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 I like to move it, Move it. Move it. Alle Mädchen von den ganzen Ball. Originaler King Julian, jetzt zeige, was die mir gefällt. Ich liebe alle Mädchen. Die wackern mit die Hufte. Wenn du wackerst mit die Hufte, dann mach das schöne geschmeidig und sexy, alright. Warte, du bist schön, du musst nicht schon mehr me Kramp, naturliche Frau. Mutter, man wieder wach. Du bist körperlich so fit. Du musst nicht schon mehr me Kramp, naturliche Frau. Mutter, man wieder wach. Du bist körperliche Fit.